Marco und ich fahren mal vor, ihr fahrt jetzt mal alle hinter uns. Warum lachst du? Marco und Strain, der kotzt so viel! Er hat das ganze Fahrrad voll gekotzt und die Straße! Oh mein Gott, wartet kurz, wartet kurz! Wir gehen da hin, oder? Scheiße! Der hat geisteskrank viel gekotzt. Ich mach kurz das Fahrrad ein bisschen sauber. Ich mein, das kotzt, bevor ich jetzt echt nach Hause fahr. Hast du die Formel mitbekommen? Nee, hat er nicht. Scheiß mal auf die Formel. Oder auch mal kurz. Sorry, Chat. Jo, wir kommen erst mal her und dann gucken wir, wie wir weitermachen. Du bist immer so ne geile Freundin, du bist grad richtig weiß um die Augen herum. Das war echt ne richtig ungewöhnliche Situation. Also vom Fahrradkotzen, es ist wirklich richtig shit. Es fühlt sich richtig kack. Ich konnte nicht mehr absteigen. Bei dem anderen konnte ich noch so zur Seite. Ich konnte gar nichts mehr machen gerade. Das hat sich richtig scheiß angefühlt, ey.